Musik Von uns ein herzliches Willkommen hier zum Bockbierfest. Zum ersten seit zwei Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, beim Schweinswirt früher in der Malteserwirtschaft. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Drei Schläge brauchte Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer beim Schweinswirt in Amberg, um die Bockbiersaison 2012 zu eröffnen. Offiziell eingeladen dazu hatte die Brauerei Kloster Weltenburger. Die CSU-Fraktion war mit neun Stadträten plus dem Oberbürgermeister sehr stark vertreten. Durch derartige Veranstaltungen werde auch unsere Kultur gepflegt, so die Stadträte, die bis in die Nacht hinein feierten. Die CSU Amberg wünscht an dieser Stelle allen Ambergern eine tolle Bockbiersaison. Copyright Untertitelung im Auftrag des WDR Hier ja auch der Boston Dirkedy Untertitelung des ZDF, 2020